Okay, ich will euch heute eine Geschichte von der Entwicklung der Academy erzählen, auf dass ihr meinen Fehler nicht begeht. Heute geht es um Dokumentation und einen Bug, der mir mindestens von 200 Leuten von euch auf der Academy gemeldet wurde und wie wir ihn hätten vermeiden können. An der Stelle ganz kurz, ich bin auch dieses Jahr wieder Teil des IT Career Summits und dieses Jahr findet der endlich wieder vor Ort statt. Auch ich werde zusammen mit Check24 dort sein und habe wieder einige echt geile Challenges für euch vorbereitet. Als Sandman Morpheus. Du willst also die Checkitos aus meinem ewigen 24 Stunden Schlaf retten? Nun, am 2. Dezember hast du in Frankfurt am Main die Chance dazu. Schafft es, meine Aufgaben zu knacken in meiner Traumwelt, dann darfst du direkt versuchen, die Checkitos in einem Vorstellungsgespräch von dir zu überzeugen. Ich bin sehr gespannt. Aber das wird nicht einfach. Schaut direkt in der Beschreibung vorbei. Auch bei Check24 wird unser heutiges Thema zur Dokumentation eingesetzt. Swagger. Swagger, erstmal lustiger Name, ist ein essentielles Werkzeug, wenn ihr in einem Team zusammenarbeitet. Lasst mich das kurz am Beispiel der Academy aufdröseln. Ganz kurzes Recap zu Microservice-Architekturen. Man nehme eine Anwendung und nutze das Teile-und-Herrsche-Prinzip. Ein Traum, denn ich kann so alles zerhackstückeln. Und das ist grundsätzlich das, was man beim Programmieren eh immer tut. Probleme zerhackstückeln. In kleine, einfache zu schluckende Brocken. Bei einer Microservice-Architektur macht ihr genau das. Ihr nehmt das, was beim Besucher angezeigt wird und lagert das ins Frontend aus. Der Code ist dann beispielsweise in React oder in unserem Fall in Vue geschrieben. Im Backend, also der Code, der auf dem Server läuft, packen wir alles, was Vertrauen braucht. Wir können ja zum Beispiel nicht alle Benutzerdaten einfach, zum Beispiel wie Passwörter, an jeden immer übertragen. Das sollte also im Backend gemacht werden und dort soll dann auch gefiltert werden, worauf man als User Zugriff hat. Jetzt sind Anwendungen allerdings ziemlich komplex geworden und deswegen zerhackstückeln wir nochmal innerhalb von Frontend und Backend. Im Frontend zerhackstückeln wir in Komponenten. Im Backend zerhackstückeln wir in einzelne Microservices. Beispielsweise haben wir einen Microservice für Benutzer bei der Academy und einen für Skills. Und klar, die kommunizieren auch miteinander. Ein Nutzer kann ein paar Skills haben, Levels oder andere Dinge. Aber die Logik und die Datenbankanbindung, die sind getrennt. Der große Vorteil, das Frontend läuft komplett bei euch. Das Backend können wir im Hintergrund krass skalieren. Wenn ihr die Seite stürmt mit neuen Nutzern in den Hunderttausenden, was ihr übrigens definitiv tun solltet mit diesen neuen Features, dann können wir jeden einzelnen Microservice in einen eigenen Server ablegen. Das ist mega, denn so verteilt sich die Last sehr viel mehr. Und ich habe im Endeffekt statt einem Server für alles, habe ich bis zu 50 Servern, falls ich 50 Microservices habe. Und natürlich kann ich dann noch mehr obendrauf machen. Klar, das kennt ihr aber. Ist auch ein anderes Thema. Sollte ich also irgendwann mal aufhören, immer alles gratis zu machen, dann könnten wir sogar mehrere Entwickler einfach an verschiedenen Microservices arbeiten lassen. Und das skaliert dann großartig in alle Richtungen. Und genau so machen das auch riesige Firmen wie zum Beispiel Check24. Doch ein Problem bleibt. Woher weiß meine Frontend-Entwicklerin, was mein Backend-Entwickler getan hat? Wir hatten, falls ihr euch erinnert, einen ziemlich doofen Bug. Direkt bei Release. Wenn man sich anmelden wollte, konnte man nicht seinen Namen, zum Beispiel Cedric Mössner, eingeben. Sondern musste eben alles zusammenschreiben. Also kein Leerzeichen zwischen den Namen. Außerdem gab es ein Minimum von 4 Zeichen, was mindestens einem Kai und einem Tim ziemlich sauer aufgestoßen ist. Sorry dafür. Der Grund dahinter war eigentlich ziemlich banal. Das waren die Einschränkungen, die wir für den Nicknamen gedacht hatten. Mein Nickname, zum Beispiel meist Morpheus, ist eben nur genau das. Ein Nickname, der aber gewissen Richtlinien entsprechen sollte. Der Grund lag in unserer Dokumentation. Im Backend heißt der Nickname Name. Im Frontend heißt er Nickname oder Nickname. Im Frontend heißt allerdings der volle Name, also Cedric Mössner, das was ich da eingeben würde, Name. Während er im Backend Displayname heißt. Das hat ein bisschen zu Verwirrung geführt, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Denn die Dokumentation war hier nicht ganz eindeutig. Ach, wir haben eine Dokumentation? Ja, genau. Alles, was eine Schnittstelle ist, sollte man als Dokumentation möglichst präzise angeben. So präzise, dass niemand verwechseln kann, welcher Name jetzt welcher ist. Alles im Gespräch weiterzugeben, ist wenig zielführend. So kann ja niemand wirklich arbeiten. Und deswegen muss alles aufgeschrieben sein. Was nutzt man dazu also? Swagger ist lustigerweise der Standard, den hier wirklich eigentlich fast alle benutzen. Egal ob klein wie wir oder riesig wie Check24, Swagger it is. Deswegen lasst mich hier erklären, wie der Standard eigentlich funktioniert. Offiziell heißt der Swagger Standard gar nicht mehr Swagger Specification, sondern OpenAPI Specification, weil es von der OpenAPI Initiative gefördert wird. Aber, kommt schon, Swagger? Naja, das Ganze ist ein Standard, um REST APIs zu beschreiben. Und zu der Initiative zählen auch Branchenriesen wie Atlassian, Google, IBM, Microsoft oder SAP. Es gibt also wirklich gute Unterstützung und zahlreiche Bibliotheken für quasi jedes API-Framework da draußen. Also völlig egal, ob ihr die API mit Python Flask oder mit Java Spring erstellt. Am Ende könnt ihr in beiden Swagger Dokumentationen rauslassen. Und das sieht so aus. Der Swagger Pet Shop ist das, was man als Beispiel selbst ausprobieren kann. Direkt online einfach. Und dabei sieht man ganz gut, was da passieren soll. Die API, die ja auf dem Server läuft, besteht aus mehreren Microservices. Im Fall der PadStore API aus dem Microservice-Pad, dem Microservice-Store und dem für User. Und jener Microservice hat nun ein paar Funktionen. Man kann beispielsweise ein neues Pad hinzufügen, ein bestehendes Pad finden, beziehungsweise Informationen dazu abrufen, ein bestehendes aktualisieren und natürlich auch aus dem Shop löschen. Und das sind die klassischen CRUD-Methoden, also Create, Read, Update und Delete, die man eigentlich für jeden Datenpunkt immer braucht. Das Gute dabei ist, diese Dokumentation wird ja aus dem bestehenden Backend-Code generiert. Und eine Beschreibung ist da auch direkt mit dabei. Sie ist somit also immer aktuell und zeigt direkt an, welche HTTP-Methode genutzt wird und welche Parameter immer gebraucht werden. So wird beispielsweise für FindPad by ID die ID benötigt, was man sogar direkt im Browser ausprobieren kann. Direkt mit angegeben wird, was bei erfolgreicher oder bei fehlerhafter Ausführung passieren wird. So weit, so gut. Doku halt, sagt er. Ja, aber auch nein. Bedenkt an der Stelle, dass oftmals zwei völlig unterschiedliche Teams an der visuellen Darstellung, also dem Frontend, und der Logik- und Datenverarbeitung, also dem Backend, arbeiten. Wenn wir nun also die Doku schleifen lassen, weiß das Frontend nicht, was das Backend genau macht oder braucht. Nun gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder das Frontend-Team nervt das Backend-Team die ganze Zeit, wie das alles denn gehen soll, oder das Frontend-Team macht Trial and Error. Beides ist nicht sehr effektiv. Die Dokumentation ist also hauptsächlich für andere oder aber für euch selbst in der Zukunft, wenn ihr nicht mehr genau wisst, wie ihr das Ganze eigentlich gemacht habt. Die Minuten, die ihr mit der Doku verbringt, spart ihr an anderer Stelle mindestens um Faktor 12, glaubt mir. An der Stelle sei aber ganz kurz der Standard wirklich mal erwähnt. Swagger kann auch in einer YAML-Datei von Hand definiert werden. Manchmal macht es Sinn, sich im Team hinzusetzen und eine Dokumentation sogar im Vorfeld gemeinsam zu definieren, sodass sich sowohl Backend als auch Frontend an der Dokumentation orientieren können. Dadurch gibt niemand dem anderen Team etwas vor und man kann mögliche Probleme direkt besprechen. Ja, Informatik ist wahnsinnig viel Kommunikation. Den Padstore gibt's auch als YAML und der sieht ungefähr so aus. Eigentlich ist das recht straightforward zu lesen, wenn ihr mich fragt, dennoch hier ein kurzer Überblick. Unter den Paths fangt ihr mit der Definition der Endpunkte an. Pads PadID zum Beispiel verdreckt einen GetRequest, was als Zusammenfassung angezeigt wird. Der einzige Parameter ist PadID, der über den Pfad gegeben wird und verpflichtend ist. Typ ist String. Antwortmöglichkeiten sind ein OK und ein JSON, was zurückgegeben wird nach einem Schema, das ausgelagert wurde. Der Standard ist ein Unexpected Error. Und ja, so eine Doku kann wirklich, wirklich lang werden. Deshalb empfehle ich eigentlich immer, sie generieren zu lassen und nicht im Vorfeld von Hand zu definieren. Sonst sitzt ihr bei jeder Änderung auch wieder an der Doku. Deswegen hier ein paar Praxistipps von meiner Seite. Ich persönlich mag die automatisch generierte Dokumentation deutlich mehr als die handgeschriebene. Manchmal schleichen sich beim händischen Definieren einfach Fehler ein, die man in der Schnittstellendefinition wirklich nicht haben will. Manchmal vergisst man ein paar Dinge und manchmal sind Dinge vielleicht einfach nicht so genau definiert. Wenn ihr aber im Backend die API definiert und das Frontend auf euch wartet, gibt's einen Trick. Ihr könnt die Endpunkte auch erstmal nur als Stubs schreiben. Das heißt, in Python beispielsweise schreibt ihr die Methoden und Schemata und die Dokumentation, aber packt immer ein Pass in jede Funktion rein, sodass sie eigentlich noch nichts damit machen können. Dann könnt ihr schon die Dokumentation rauslassen und das Frontend weiß auch schon, was passieren soll, aber das ist natürlich noch nicht so weit. Häufig ist die Verbindung von Frontend und Backend einer der letzten Punkte während der Entwicklung, die passieren. Erstmal wird also mit Beispieldaten entwickelt. Die API wird mit Aufrufen simuliert. Das Frontend mockt die Daten dann eben rein, sprich baut sich eigene Stubs, die genau das tun, was eigentlich gerade besprochen wurde. Dadurch lässt sich unabhängig entwickeln und vor allem auch unabhängig testen. Läuft alles, kann man sie verbinden und selbst dieser Prozess wird mittlerweile häufig ein eigenes Projekt. Das war eben das, was ich auch mit Check24 besprochen habe. Sie nutzen eine Middleware zwischen Frontend und Backend. Die ist eben nur für diese Verbindung zwischen den beiden da. Dadurch wird der Prozess nochmal unterteilt, die White & Conquer oder Teil- und Herrscherprinzip, und kann nochmal besser getestet werden. Hätten wir also eine extra Middleware, wäre uns das mit dem Nicknamen vermutlich nicht passiert. Aber manchmal muss man auch einfach genau definieren, was war es ist und dann läuft es auch. An der Stelle nochmal der Hinweis, alle Infos zu der ITCS Jobmesse am 2. Dezember in Frankfurt findet ihr unten in der Beschreibung. Kommt auf jeden Fall vorbei. Ich würde mich wahnsinnig freuen, ein paar Challenges mit euch gemeinsam zu lösen, beziehungsweise euch dabei zuzusehen. Bis bald. Bis bald.